Hallo, das ist der WZ, Landkreis Rendsburg-Häckernförde, und alles am 25. Oktober 2012. Die WZ, der Holzbrenner-Bugel, kommt langsam auf den 30er-Laufen herstieg, und heute kann ich ja schwer, die Maselaufen voll, die 30er-Laufen bekehrt werden, auch in der WZ. Das kannst du im Schwarze gut hören. Und hier ist der WZ, Landkreis Rendsburg. Und hier ist der WZ, Landkreis Rendsburg. Ab links noch ein Teil. Ab links noch ein Teil. Ab links noch ein Teil. Ab links noch etwas.